Was geht YouTube? BrokersTV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist bereits 5.32 Uhr, ja ziemlich spät, bin ich sehr früh schon. Ja ich bin auch schon ziemlich müdelecht, das Video schon seit ca. 2 Stunden aufnehmen, also ich probiere es aufzunehmen. Und meine Stimme ist halt auch schon fast weg. Ja das ist eigentlich auch nicht das Thema heute. Das Thema heute ist die Area 51. Wie alle Leute, die mir erst nicht wissen, was die Area 51 ist. Die Area 51 ist ein militärisches Schwergebiet in den Nirwanern, also USA. Dort werden anscheinend Aliens festgehalten, Ufos werden gesichtet und deshalb wird es halt so stark bewacht. Die Leute fragen sich bestimmt so, was passiert eigentlich, wenn man sich die Area 51 zu nahe nähert. Und wie man hier sieht, sind zwei Motorradfahrer zu nahe an die Area 51 gefahren, also sie sind nicht über das Schild gefahren. Also sieht man hier wahrscheinlich, also ganz knapp. Sie sind sofort, ist sofort so ein Truck gekommen mit zwei Wachleuten. Sie sind direkt rausgeschampt, so mit einem Pistol und die wurden halt hier sehr stark kontrolliert, wie man es in den Videos sieht. Sie sind halt schon fast bedroht mit der Pistole, wenn man das Originalvideo sieht, die halt schon beleidigt und so weiter. Und ich persönlich glaube nicht daran, dass da Aliens festgehalten werden, beziehungsweise die Ufos. Und ja, ich glaube eher daran, dass das irgendwas mit früher zu tun hat, irgendwelche Bücher oder so ein Zeug. Scheiße da. Ja, das war's jetzt auch von meiner Seite aus, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaut unten in die Infobox vorbei, das ist alles verlinkt, meine Social Videos und so weiter. Und ja, das war's jetzt von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, tschau.